Hey, das wird großartig. Alles wird sich verändern in Deutschland. Keiner bis legalisiert, weil dann kommt auch die Verkehrswende. Ja, und zwar von innen raus. Aus dem Auto. Verstehst du? Tempolimit. Wir werden das erste Land auf dieser Welt, wo es ein Tempolimit geben wird. Freiwillig auf Autobahnen. 40 Stundenkilometer. Und in den Innenstädten wird es noch gechillter. Da sitzen die Menschen in den Autos so. Hey, hey, krass. Hey, fahr mal ein bisschen langsamer. Ich bin noch gar nicht losgefahren.